Mit den Reutig-Boys. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ne, ja, Corny hat sich ein neues Programm ausgedacht bei den Videos und zwar ist die durchschnittliche Wiedergabe darüber bei YouTube ja nicht gerade die beste bei den Zuschauern, das heißt, einfach nur eine Minute lang sein und wenn Corny ein, ja, eine Endcut hat von ein oder zwei Minuten, dann wird die auch nochmal ein einzelnes Video sein. Und das macht er jetzt bei jedem Battlefront Video, habe ich gehört. Ja, ich denke nicht. Warum? Kriegst du die tödliche Flieger? Tja. Was war der mit dem Wünschen? Dann hat mich nichts aufgenommen ein genug. Auf der linken Seite habe ich einen Orbitalschnack. Die Uplink-Station wurde aktiviert. Richtig, sonst kaufe ich noch einen Händler, oder regiert mich? Ehh, wer battelt mich da ab? OHA, wer battelt da? Alter, ist da irgendein AT-ST? Nö. 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 Irgendwas hat er gerade mit. Ja, letztlich. Auch kein Held. Boah, der kennt aber bei hinten der Ateste. Und doch, Vader. Oh, Gott, Vader. Ja, nein, hab ich Hallangriff ausgelöst. Wire Wing meldet positive Zielerfassung. Ja. Nein. Rambo? Äh, ich hab den AT-ST noch weggemacht, aber dann kam Rambo. Rambo, komm her. Ich hab mich auch nicht aufgelöst auf mich. Komm her, Rambo. Och, Mann. Der malt die Tornado von Schauf, Alter. Schauf, hast du dir jetzt wirklich gewünscht, mich zu töten? Bist du dir sicher, dass das eine gute Entscheidung war? Ich hätte deinen dummen Teamkollegen getötet, aber nein. Da, da, da ist er. Da, da ist Rambo. Fokussier den. Er ist der Teamleader. Komm schon, Fliege und Sieg. Äh. Hat ja so langfristig die Tradition, dass wir die Power-Obsack schnappen. Boah, ich hab keine Frage. Ach, kommt bereit. Gute Arbeit. Wir haben den Uplink aktiviert. Und jetzt verteidigt ihn. Die oder fader dritte ha ha bist du da vorne Ich bin gestorben, während ich mir das angeguckt habe, aber das war legendär. Ich musste mir das einfach reinziehen. Ja, aber irgendwie, das ist tot gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann Bader einfach nicht böse sein. Das war so episch, ich habe einfach mal mein Leben gegeben, um mir den Scheiß reinzuziehen. Guck mal, hier kommt der beste X-Ping der Welt. Rambo, du rammst mich nicht. Alter, wer ballert mich da ab? Hört mir, hört mir ein Frechdachse. Ja, sehe ich so aus als... Mann, alter Barton. Ja, AT-AT, Spawner, wie wär's denn, ob du mitfeuerst? Das ist mir ja gratis gesperrt. Kann schon mal passieren, wenn der AT-AT räutig ist. Komm, zerstört ihn! Oha, wir haben schon wieder richtiges Leben abgezogen, ne? Ja, 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 ja. Mann, fassbar, die schauen einfach nicht hin. Die schauen einfach nicht hin, was passiert. Die Pläder, komm, klopper. Also, wenn ihr in den ATS geht, seht ihr jetzt sagt mir Bescheid? Das ist ganz geil. Commander Skywalker ist unterwegs. Ein AT-AT, den hab ich, den hab ich ganz übersät. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Gesehen, aber... Ja, wenn man über den Konis noch nicht AT-AT sprechen kann, muss man schon mal offensichtliche Sachen sagen. Hab ich. Alter, von wo schießt du auf mich? Bitte sag ich's mir. Pass auf, pass auf. Ja, wo ist ich nicht? Weiß ich nicht. Ach da. Hab ich. Ist jetzt da drin? Da muss ich noch einmal kurz zeigen. Ja, super, der macht irgendwie Händchen oder so. Guck mal, so twitter mit denen. Wieso nicht, einmal schon. Schau, 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 schau. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Boah, guck mal, den müssen wir töten. Hau nicht hier was. Ne? Ja, ja, ich hab... Ich hatte ihn getötet, aber nein, da war ne unsichtbare Band. Dankeschön, unsichtbare Band. Ich hab's nicht geschafft, dann Ebel zu schreien. Er hat nicht. Er ist. Hier müssten doch irgendwo Aimings rumliegen. Zielerfassung des Y-Wing aufgeschlossen. Vielleicht stücken den damit weg. Hm. Dann halt vorne noch den Sand entfernen, aber dann soll's eigentlich gehen. Bader lebt ja immer noch. Hab ihn! Fahra, Dark, Band, ich bin nicht drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Was? Was? Was hast du gesagt? Nee, davor. Bist auch gestorben. Achso. Ja. Verstehst du, wenn Conys bereits zweimal gesagt hat? Davor. Ich hab den Blasterkorn und den müssen wir eher nicht kriegen. Gut, dass ich keinen Aim habe. Ey, du tust mal ATSC, Alter. Ich hab den Blaster. Ich weiß nicht, wenn du wärst, wenn du nicht hergegangen bist. Hab leider. Wir haben es geschafft. Okay, Pau gehen. Ich versuch' wie lange du übernimmst. Bitte mal AVENC, Alter. Ruckstaffel ist gleich da. Da kommen sie. Oh, es bandert sie ab. PPU, PPU. Hey, AT, AT, AT. Warte, ich bin dein Freund. Warte, 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 warte. Ganz gut. Hey, go. At, AT. Zerstört. Wenn einer mit Exposive Shot auf dich schießt, du kannst ihn ja nicht mal angreifen. Haha, wir haben uns gewonnen. Das ist kein Shot-Scanner bei euch. Ja, aber richtig geil. Oh, Deadpool! Da war Deadpool. Ja. Oh, Deadpool. Oh, bester Fan des Jahres. Muss aber echt sagen, die DLT-19X spielt sich sehr ähnlich wie die Cycler-Rifle. Bloß, dass man die halt öfter kriegt. Hallo! Ja. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen und möchte euch jetzt damit auf dieser Endcard begrüßen zu einer wundervollen Musik und möchte euch einfach mal darauf hinweisen, dass ich noch mehr Videos gemacht habe als nur Battlefront. Und ihr könnt vorbeischauen, wie gesagt bei der letzten Folge, ihr könnt aber auch vorbeischauen bei anderen Star Wars Projekten, die ich schon gemacht habe. So, ich habe zum Beispiel auch The Force and an Licht mit euch durchgespielt oder Star Wars Jedi Academy oder Jedi Outcast, genauso wie auch Empire at War. All so eine Spiele habe ich auch schon gespielt. Doch Star Wars ist nicht das einzige Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, denn zu mir gehört Total War genauso dazu, wie auch andere Spiele. Und da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen auf meinem Kanal. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Des Weiteren würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und in dem Sinne, falls ihr mit mir zusammen zocken wollt, Cornelius Track heiße ich auf Origin. Mein Name ist Adam und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.